Hallo, ich bin Cenkana Gazapapadi. Ich bin als Automobilfachmann EFZ hier bei Mosadov Garage Emil Frey. Was man in diesem Lehrberuf macht, ist Autoservice machen, Rad wechseln, Knoe wechseln. Alles, was mit dem Auto zu tun hat. Ich bin Marco Wittmer und mache die Lehre als Automobilfachmann EFZ in Mosadov. In einem Lehrberuf ist es schön, dass es sehr abwechslungsreich ist. Man lernt alles über das Auto. Die verschiedenen Bauteile sind schon sehr abwechslungsreich. Die Fähigkeiten, die ich hier lerne, kann ich auch selbst privat brauchen. Sei es Rad wechseln, sei es Service. Für den Lehrberuf muss man sicher nicht schade sein, dreckige Hände zu bekommen. Und sicher handwerklich ein wenig geschickt zu sein. Und die Interessenautos hilft da sicher auch mit. Das war's. Alles, was ich bin. Da ist nicht so, was ich gar nicht. Mal wissen, was ich da, was ich immer ganz gut was, was ich. Wichtig ist. Untertitelung des ZDF, 2020